Jo meine Freunde was geht ab bei euch X7 hier am Start am Boombitch Montag mit einem ganz anderen Video, okay ihr seht Boombitch aber es ist was anders, weil das das ihr im Hintergrund seht, das spiele ich jetzt nicht gerade, das habe ich aufgenommen und ich rede einfach so ohne was in der Hand, nein, Spaß beiseite, also dieses Video ist ein anderes, erstmal zum Video im Hintergrund, ihr seht wir haben Dead End gespielt, also die letzte Operation bei Boombitch, die allerschwerste, wir haben es natürlich nicht geschafft, war uns auch klar, wir wollten aber nur einfach mal so aus Spaß mal ausprobieren und schauen wie es aussieht und da zeige ich euch ein paar Einblicke bzw. wie die Spieler was gemacht haben, es gab ein paar Fails, aber ansonsten haben wir es halbwegs gut gemacht und haben auch eine gute Belohnung bekommen, aber das zu schaffen war gar nicht unser Ziel. Na jetzt kommen wir eher zum Thema des Videos, erstmal vielen Dank an alle, alle neuen Abonnenten, ich habe mich sehr gefreut, wir sind jetzt über 500, ich habe 500 irgendwie nie geschafft, ich weiß auch nicht wieso, es war irgendwie die Grenze und jetzt ging es relativ schnell, ich bin gespannt, wie es weitergeht, mir machen die Videos jetzt unglaublich viel Spaß und deswegen werden die auch weiterkommen und deswegen habe ich auch ein Special geplant, zu dem wir gleich kommen, aber erstmal danke an alle neuen Abonnenten, an über 500, unser nächstes Ziel ist natürlich 1000, das ist jetzt eine Nummer größer, aber vielleicht schaffen wir es ja schneller als erwartet, ich bin gespannt und ich hoffe euch gefallen die Videos auch weiterhin noch. So kommen wir jetzt zu dem kleinen Weihnachtsspecial, was ich auch angekündigt habe, in einigen verschiedenen Videos und es ist nächste Woche soweit, vom 15. bis zum 21. Dezember, also genau die Woche vor Weihnachten, werde ich jeden Tag in dieser Woche ein Video hochladen, es ist ziemlich viel Arbeit, ich weiß, ich weiß noch nicht wie ich das schaffe, aber ich werde es schon irgendwie hinbekommen, nimmt es mir nicht übel, wenn die Videos dann mal abends um 9 Uhr oder um 7 Uhr oder um 6 Uhr abends erscheinen, ich muss gucken wie ich das hinbekomme, aber ich werde es schon hinbekommen, das heißt in der Woche wird an jedem Tag ein neues Spiel, also eine neue App von mir gespielt, die ich noch nie vorher gespielt habe, also kein Boom Beach, kein Planner Pirates und Simpsons, also die Serien fallen dann in dieser Woche aus und kommen dann in der nächsten Woche dann wieder ganz normal weiter, obwohl da Weihnachten ist, ich gucke mal wie ich das alles hinbekomme, aber ich freue mich schon sehr auf Weihnachten. Ziel der Serie ist, dass ich erstmal neue Apps spiele und die euch zeige und dass ihr eine App kennt oder eine neue App kennenlernt, die euch sehr gefällt und ihr sagt dann, ja spiel die App weiter, macht dazu regelmäßig Videos, dann würde ich das machen, also die beliebtesten Apps werde ich dann weiterhin spielen und dazu werden dann auch Serien bzw. Videos auf meinem Kanal kommen, ich weiß noch nicht an welchem Tag die dann kommen, das muss ich alles noch dann regeln und mir anschauen und planen und was auch immer, aber wichtig ist, dass ihr euch das anschaut, was euch interessiert bzw. was euch anspricht, wo ihr denkt, oh das könnte mir gefallen bzw. was ihr kennt und wo ihr sagt, ja gerne macht dazu Videos oder ihr könnt auch alles anschauen und dann schreibt am besten einen Kommentar, bring das weiter oder bitte nicht, das interessiert mich nicht so. Also ihr müsst mir ein Zeichen geben, woran ich sehe, dass das sehr beliebt ist oder ich sehe es an den Likes, ihr könnt mir gerne auch einen Daumen nach oben geben oder ich sehe es an den Aufrufen, also eins von den dreien, ja damit unterstützt ihr mich und die Serien und ihr könnt entscheiden, was ihr noch zusätzlich sehen wollt, falls ihr nicht mit den Videos zufrieden seid, die ich jetzt schon bringe, aber ja, ihr könnt euch irgendeine neue App oder ihr schreibt euch in die Kommentare, spiel mal das und das, wenn ich jetzt, wenn die App nicht dabei ist bei diesen sieben. Zu diesen sieben Apps werde ich nichts verraten, ich werde noch keine Namen sagen, es sind relativ ähnliche Apps zu denen ich die spiele und vielleicht auch ein bisschen anders, aber so ähnlich in der Richtung, wie es jetzt schon ist, wird es bleiben, weil das sind die besten Apps im App Store und die beliebtesten und so ähnliche habe ich auch genommen und seid gespannt, seid überrascht, nächste Woche geht es los, also am, ich habe es wieder vergessen, am 15. meine ich, ja, also genau die Woche vor Weihnachten, montags bis sonntags kommt dann jeden Tag ein neues Video mit einer neuen App, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut, ich werde es noch in anderen Videos erwähnen, aber, ja, danke für die neuen, danke, also ich begrüße erstmal alle neuen Abonnenten, hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal und vielen Dank, dass du mich abonniert hast, beziehungsweise, dass ihr mich abonniert habt, weil es freut mich. Nächstes Ziel, 1000 Abonnenten, dann werden wir uns wahrscheinlich wieder hören und vielleicht werde ich mir ab 1000 Abonnenten mal ein Greenscreen kauften für Facecam und so, mal schauen, wie oder, wie, wie ihr euch das wünscht und wie es mir passt, beziehungsweise, wie viel Zeit ich habe, naja, also es kommen dann neue Videos und ihr könnt euch dann aussuchen, welche davon eine Serie wird, welche auf meinem Kanal weiterhin dann relativ regelmäßig, beziehungsweise auch regelmäßig erscheinen, ihr habt Mitspracherecht und vor Weihnachten ist das, ja, ein kleines Weihnachtsbäsche, ich habe mir das überlegt für die 500 Abonnenten und ich hoffe, euch gefällt's, beziehungsweise, ihr freut euch ein bisschen und das soll es eigentlich gewesen sein. Im Hintergrund werdet ihr jetzt noch weiterhin das Boom Beach Video sehen, ich weiß nicht, wie lange das geht, aber ich mag vielleicht ein bisschen anders klingen, es tut mir leid, ich bin noch immer erkältet, beziehungsweise meine Erkältung ist nicht wirklich weg gewesen, ich, das ist so eine verschleppte Erkältung, es liegt auch wahrscheinlich am Wetter draußen, es ist ekliges Wetter, also momentan regnet es jeden Tag so gut wie jeden Tag und es ist eiskalt, wirklich eiskalt und ich hoffe, es schneit Weihnachten, also in zwei Wochen, wenn ihr das Video seht, hm, naja, mal sehen, also nächste Woche Montag geht's los am 15. die ganze Woche, schaut mal rein, könnt ihr nur zwei Minuten in ein Video reinschauen, wie ihr wollt, aber es bringt mir viel, wenn ihr dazu irgendwas sagt und naja, ich werde es noch in den anderen Videos erwähnen, wie schon gesagt, aber das soll es von mir gewesen sein, ich hoffe, euch geht's gut, habt eine schöne Woche und freut euch auf Weihnachten, ich hoffe, ihr habt alle Geschenke gekauft, weil jetzt wird's langsam knapp, ihr habt noch eine Woche Zeit und naja, ja, danke fürs Zuschauen, danke fürs Daumen nach oben geben, danke fürs Kommentieren, danke für alles, danke, dass ihr abonniert habt, dass ihr Abonnenten seid und das ist meine einzige Aufgabe an euch, schaut euch die Videos an, beziehungsweise das, was euch interessiert und sagt mir eure Meinung, dann weiß ich mehr von euch und kann euch, kann die Videos besser an euch anpassen und naja, danke für alles und haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal, egal in welchem Video, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020